Hey Leute, willkommen zu Blasphemers Komplettlösung 100% Platin Guide Blasphemers Teil 2 und da machen wir einmal alle Sammelgegenstände, wirklich komplette Lösung von Anfang bis Ende, alle Trophäen bis auf eine, denn die brauchen wir bis zum zweiten Spieldurchgang, da müssen wir das Game nämlich zweimal durchzocken. Ja Freunde, und bei diesem Guide ist es ziemlich wichtig, dass wenn ihr den Guide mit mir anfangt, ihn unbedingt auch dort weitermacht, nicht weil ich euch natürlich sehr gerne als Zuschauer haben möchte, sondern vor allem, weil es sonst wirklich großes Durcheinander wird. Ich versuche die meisten Videoszenen hier rauszuschneiden, um euch nicht zu sehr zu spoilern, aber gerade am Anfang gibt es ein paar Entscheidungen, die wir treffen müssen und die wir auch so beibehalten sollten. Also wenn ihr meinem Guide folgt, nehmt auch immer diesen Guide, folgt dem gesamten Spielstil, denn sonst kommt ihr irgendwann mit den verschiedenen Gegenständen durcheinander und ich werde größtenteils versuchen, die Klappe zu halten, damit ihr einfach das Spiel ja verfolgen könnt. Gibt es gar nicht so viel zu sagen, ab und zu werde ich vielleicht mal bei einem Bossgegner oder ähnliches eingreifen, aber sonst werde ich meitesgehend ruhig bleiben. Gerade am Anfang ist es aber besonders wichtig, dass ihr die gleiche Waffe nehmt wie ich. Die gibt euch nämlich einen gewissen Vorteil, jede Waffe hat nämlich einen Vorteil, der einen Gang quasi freischaltet und wichtig ist, dass ihr eben die gleiche Waffe nehmt, damit wir ungefähr auch die gleichen Spielweisen haben, weil sonst könnt ihr am Anfang viele Dinge nicht machen, die ich hier in dem Guide mache. Ich nehme persönlich die schwere Waffe hier und das ist auch gar kein Problem, die ist nämlich eigentlich auch am Anfang die beste, weil sie ziemlich stark ist, einen großen Radius hat und Gegner teilweise mit einem Schlag kaputt macht, deswegen würde ich euch empfehlen, diese Waffe zu nehmen und wenn ihr meinem Guide folgt, solltet ihr das auch unbedingt machen, weil ihr sonst am Anfang gerade einige Sachen nicht holen könnt. Alle anderen Waffen bekommen wir natürlich trotzdem im Spiel und dann starten wir durch, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel, richtig nices Metroidvania Adventure und ja, folgt auf jeden Fall diesen Guide und ihr werdet am Ende alle Trophäen haben, bis auf eine, die ihr dann erst beim zweiten Spieldurchgang gebt. Euch noch viel Spaß, Leute. Falls ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Alle Guides zu allen Sammelobjekten wird es auch nochmal nach und nach einzeln im Kanal sein, also klickt euch da gerne mal rein, setzt vor allem ganz wichtig die Markierungen auf der Karte, so wie ich das auch mache, damit wir später diese Markierungen auch abarbeiten können, damit ihr nicht durcheinander kommt. Ja Freunde, Däumchen hoch, Abo dalassen, wie gesagt, alle Guides zu Blasphemus 2 gibt es dann entsprechend im Kanal und falls euch dann am Ende ein Sammelobjekt fehlen sollte, was aber nicht der Fall ist, wenn ihr meinen Guides folgt, dann dürftet ihr ja nochmal im Kanal schauen, aber wenn ihr dem Guide folgt, habt ihr eigentlich gar keine Probleme. Ja Freunde, genug geschwätzt, ich lasse jetzt einfach laufen, guckt es euch an, ich habe wirklich alles gemacht, versucht auch ziemlich zügig durchzukommen und alle Gegenstände natürlich geholt. Erstmal euch viel Spaß bei dem Boss, der sollte relativ easy sein, gerade mit unserer starken Waffe ist das eigentlich kein Problem. Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß euch! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Gut Leute und bis zum nächsten Mal, viel Spaß! the faithful shapes of our true saints, so that they might be contemplated and revered by the devout. No trace of light remains in my glassy eyes, yet still I know what thou seekest and needest, for are we not all penitents on this earth in some way? The miracle proclaimed that, as my profession was that of a master sculptor, I should carve in wood the figure of the most blessed lady as my last work of art. Penitent one, I beg you, help me in this, my final piece of work. Seek out for me the finest chisels and tools, the most wondrous of pigments and the most delicate of varnishes. And I can sculpt for thee figures that will fit into the altarpiece you carry on your back, like this very one I offer to thee here. Please accept this as a gesture of my unending gratitude. It is but the first piece of many more I shall carve for you. Now I shall place it upon the altarpiece upon your back, and you will feel its grace, but also its burden. The hands of the miracle will guide me in the carving in accordance with the memory you bring me. May they guide thee as they guide me, penitent one. ... Untertitelung des ZDF, 2020 May the hands of the miracle guide thee, penitent one. This heavy curtain that separates sin and confession, crime and judgment, conceals not but shadows. Here, in my darkness, there remaineth but tears for me, and forgiveness for those of you who seeketh it. Where are the bereaved now? Where are the repentant? How long since the long agony of this sacrament began? Now that your penance of silence, and the pain that plagues your flesh, has led you to my dark confession, let me do you wish to purge yourself of your guilt? As you wish. I will remain behind these scarlet veils, should you need this sacrament. I will remain behind these scarlet veils, but I will remain behind these scarlet veils. Now that you have to be seen, I will remain behind these scarlet veils. I will remain behind these scarlet veils. I will remain behind these scarlet veils. Now that you have to be seen for me, you have to be seen a few of the more 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 the longer the autre we more to be seen. Das war's. 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 My life. has. many years. and beheld. das war's. event. succumb. das war's. das war. Your tears. das war's. 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 was. das war's. was. war's. was. 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 already puts. war's. 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 war's.